Hallo, schießt nicht an den Nutte und willkommen bei Let's Play Left 4 Dead 2, zweite Folge inzwischen. Boah, du kannst zählen, was? Ja, war geil. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, mag dich nicht, Christoph. Wir sind jetzt auf der Suche zum Krankenhaus. Oh, 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 Story. Ja, wat für ne Story. Zombie Apokalypse, Krankenhaus, was tun wir? Wir gehen zum Krankenhaus, weil da sicher noch jemand lebt. Oh ja, oh ja, und. Oh mein Gott, ein Riegel ist weg. Oh mein Gott. Was? Oh, was? No, nur Leichen hier. Boom, bitch. Get out the way. Ey, hier liegt was. Ja, ja, ich geh schon mal sterben. Warte, fuck, scheiße. Boom, bitch, get out the way. Alter, wie, ja, Baumaschine. Bam. Ey, fuhr hier, warte mal auf uns. Das sind zu viele. Das sind zu viele, Mama, jamaaii. Oh nein, Alter. Null. Häng. 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 Das wird lustig. Oh, ja, am besten schlägt, Alter. Geil. Ich geh rechts mal an. Oh, ich kann ja auch nicht fahren. Fresse. In deine Fresse. Okay. Wer hat hier tatsächlich geworfen? Der war jetzt nicht verschwendet. Alter, was? Nee, da lag noch einer in den Regen. Achso, okay. Dann ist ja gut. Wollen wir jetzt mal weitergehen, irgendwie? Ohne Welle. Wer ist doch, Läger. Ey, wir haben mich geschlagen, Alter. Äh, ich sag nichts. Ah, okay. Ist aber was. Ja, so ist gut. Ja, gut so, ne? Oh, rauch ich da schluss. Oh. What the fuck? Ey, ich höre mich drauf. Willst du raus? Auch gerne nicht. Ich höre dich. Ich höre dich. Ja, aber jetzt geh ja heißen. Heiß das. Jetzt geh da rum, Florian. Du nimmst auf. Oh, Manuel. Ich seh ihn noch nicht. Lass dich. Ja, dann geh weiter. Bis wenn sie es. Fuck. Ah. Alles. Der kommt, der ist weg. Ah, der kommt, der. Steuert, der ist. Der passt hier. Der passt da gar nicht durch, Alter. Der passt da. Ohne, ohne, ohne. Der passt da 100% durch. Der wixert sich schon mal. Alter, 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 alter. Verbiss, verbiss, verbiss. Ach, da hast du ja, so, hi. Ja, schieß mich ab, kein Problem. Ja, wir haben, wir schossen, Alter. Ey, Alter. Boah, das haben wir noch, Zipplich. Ey, guck mal, was da ist, Alter. Ist fast tot. Ja, warst du wunderbar. Ich höre dich, ich höre dich. Ich höre den Hunter. Wir sehen Hunter. What the fuck? Oh, ja. Da war ein Hunter. Oh, 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 der kommt nicht runter, der Char-Char. Oh, oh. Der wäre lieb. Opfer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Heid, назвade. Hey, Christian, wasched dir doch eigentlich nicht vor, ne? Ich hatte den Typen vorzuschicken, der aufnimmt. Ne, nein, warum denn auch? Pissen, die, kack,ив助. ich höre schon Oh, ein M16! Ja, ne? Da kommt ein Jockey, da kommt ein Jockey! Ey, ich küsse ja alles ab, wa? Ja, ja. BAM! Oh, hinter uns! Ich schlag dich zurück, ey! Weil, wir kommen durch den Zug durch. Was machen wir? Hey, voll in die Fresse! Headshot voll ins Knie? Hey, Headshot voll ins Knie! Oh yeah! So! Aufgeräumt! Warte, pack doch nicht! Ah! Entschuldigung! Mhhh! Schloch! Oh, ey! Wir rennen hier in den Schuss, alter! Nicht doch! Hey! Ey! Bratmonie! Oh geil! Cool! Ey, ich höre du Bitsch! Ich höre du Bitsch! Oh! Oh shit! Oh shit! Was wir haben vorhanden, Muni hat das voll gut gegen die Bitsch! Vergeil! Okay! Dann lass mal den Typen vollstecken, der aufnimmt! Ja, super! Ja, super! Das ist los! Das ist ja tot! Das ist ja besser! Das ist ja besser! Ich höre! Ich höre weiter weg! Ja, mach die Tür zu, alter! Ist tot! Ich hab alle Munis wohl verbraucht! Leider nicht! Ich hab noch 30 Schuss! 20! Warte mal! Ich geb jetzt mal Lois einfach Schmerzmittel! Oh! Hier müssen wir überleben! Das weiß ich noch! Nein, hier nicht! Noch nicht! Gleich! Ja, kommt noch! Das sind Säcke 50 Metern! Hier über uns! Oh ja! Oh! Oh! Da kann kein Kopf mehr! Oh! Oh Gott! Woll ich auch abmachen! Ja, gar keine! Oh fuck! Vorher, willst du als MG? Äh, wo ist denn das? Irgendwo Küster stehen! Werden wir die Ketten? Hey, ich nehm eins! Ich hab noch eins! Ich hab noch gar keinen! So, obwohl... Aber das nur eins! Ja, der wird du das! Ich nehm die Streifen! Hey, du gehst als MG! Du hast... Du bist auch! Nimm's auf! Machst du die Tür auf! Okay, ne? Ja? Ich mach hinter uns zu! Voll geil! Ihr müsst auch von unten aufpassen! Die Gleiter von unten hoch! Locky! Locky! Noi! Du bist tot! Du bist tot! Ich bin schon... Hallo! Hinter uns! Hallo! Hinter Florian! Bei einem MG! Ich bin schon zu hier von hinten! Noi! Alter! Ich triff dich nicht! Tja! 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 Christian, du sagst, es ist gleich wie dein Charakter... Oder wie deine Charakterin, hat gesagt! Tja! 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 auch die überdacht und nun bestellen ist das schon er hat so er wusste hier sind als er hat sich nicht ein Blatt und ich würde jetzt hier wieder die Köln hat hat ich bin Ich war noch mal zoomen, achso. Da waren die nicht mit Waffen irgendwo. Da waren mal. Da war ne Sniper und... bei meinem Geh. Ja, Mutti. Deine Mutti. Im Bett nämlich. Weißt du, Lois, ich hab dir schon Schmerzmittel gegeben. Schnau mir woanders hast hier, alter. Fisch dich von mir. Von der Hurensohne. Oh, jetzt darf ich wieder alles rauspiepen. Die ganzen Namen auch, ne? Piep piep piep. Nein, ich hab keine mehr. Oh, nicht werfen. Nicht werfen. Das heißt, keine mehr gleich. Oh mein Gott, ein Heli. Oh mein Gott, Booba. Oh mein Gott. Guck da oben. Guck mal da oben. Guck mal da oben. Der ist voll laut, alter. Die Lunte brennt, Mama. Lauf hinter uns. Kacke. Wollen wir mal weitergehen? Ja? Okay. Oh mein Gott. Wollen wir nicht. Was ist da? Ja? Ich hab irgendein Splitter gedüllen. Der lässt was fallen. Was schönes... Ah, ii! Aua! Hilf, was los. Wer schmerzmittel mehr will? Lois. 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 Ey Lois. Du musst ihn selber in den Anderen drücken, ne? Dann nimmt dich nicht von alleine auf. Nimm da aber... ...dest du dafür. Lois. Hier, nimm das! Ich nehm Tabletten. WTF? Hat er mir jetzt was gegeben? Ich hör schon einen Smoker. Aha. Ich hör einen Hunter. Scheiß Raucher. Warum ist dieser unten, Alter? Oh, Raucherhusten. Raucherhusten. Ha, Bitch! Magnum. Magnum? Wo? Ja, cool. Du hast ihn gerappt. Aua. Aua. Alta, Alta, Alta. Das hat nicht. Eventuell. Ah, meine Arme! Warte mal, Zubis können nicht reden. Nein, denkst du nicht. Nein, nein! Ja, oben auf dem Dach ist ein Hunter. Äh, Smoker. Hunter Smoker? Ja. Ähm, hinten ist Spaßwelt. Da oben ist trotzdem ein Smoker. Wo? Hier. Wo ich bin. Spaßwelt. Weißt du, er ist aber nicht bei uns die ganze Zeit, weißt du? Und Florian nimmt einfach auf. Fühl die Arme, meine. Geil. Oh, geile Waffe, geile Waffe. Oh, ich liebe die Waffe. Oh, ja. Jetzt werde ich wieder sentimental, Alter. Jetzt werde ich wieder sentimental, Alter. Haha, das sieht doch aus. Kein Problem. Kein Problem. Oh, schon wieder. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Warte, ich hab noch Molotov. Oh. Oh, das so. Echt? Oh, fuck. Oh, fuck. Weißt du, ich blieb die immer wieder. Warte, ich krieg einfach die Molotov auf, Alter. Oh, ich hab da ein Feuerbuch. Ah. Wir müssen rein. Alle rein. Weiter rein! Ah. Na? Ja, wo ist das? Oh mein Gott, Char-Cha! Ah, Char-Cha! Bei mir! Danke! Kommt rein! Ihr seid fast tot, ey! Nein! Der G36! Oh yeah! Oh yeah! Das ging schon besser, hast du gehört? Boah, das war ewiger so ein Geschäft! Haha! So, das war's mit der zweiten Folge! Also dann, bis zum nächsten Mal!